Das ist eine Zange, die wollte ich nicht. Gut ist aber wie die Zange draus, da haben sie einen Partner öffnet die Tür. Ach moin. Ich probiere mal was. Oh, das ist ja fancy. Kann man hier durchgehen? Ich könnte eigentlich Werbung schalten. Ja. Kann man dir irgendwie helfen? Geht's dir nicht gut? Mir geht's gut. Du bist am Rüsten, was ist los? Guck mal, jetzt steht das da jedes Mal. Ist es auf mich zu schießen oder muss ich dich mit der richtigen Pistole anschießen? Oh, ich hab Caps Lock an. Was tust du? Light Show. Achso. Und ich steck einen Penny in die Drehtür. Wow, was? Scrubs? Was? Ich hab fünf Follower ohne einmal Streams zu haben. Nice. Das ist cool. Okay. Hier riecht's noch Pilze. So. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich hab doch auch einen Gag gehört. Wollten wir nicht? Ja, eigentlich schon. Aber ich weiß grad echt nicht, wie das geht. Okay, nächstes Mal. Nächstes Mal machen. Nächstes Mal machen wir dann dieses Partner-Streaming. Ich öffne diese Tür. Dahinter sieht's relativ safe aus. Was? 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 Direkt hinter dieser Wand reden Leute darüber. Reden Leute. Wieso ist deine Grafik besser als meine? Wieso? Ja. Ja, wieso? Wir gehen noch mal diese Tür zurück. Okay. Und dann? Wie ist das deine Grafik so verdammt gut? Ich weiß nicht. Ich spiele auf 800 x 600 die ganze Zeit. Dann kann ich mir das. Dann kann ich mir das. Oh mein Gott. Dann guck mal. Oh Gott, es tut mir so leid. Oh mein Gott, wie schön das ist. Okay. Okay. Also ich würd sagen, hinter dieser Tür ist jemand. Du meinst hinter der Wand? Hinter dieser Wand. Yes. Ich rush jetzt um die Ecke und zeig dem, wie der Pfeffer schmeckt. Mhm. Hinter der Ecke. Da ist, da ist ne Wand. Wö, wö, wö. Ist das bei dir auch gerade passiert? Dass er wieder verschwunden ist? Ja. Da werden noch mehr sein. Das ist voll das Labyrinth der Forsten. Stopp Gottes Weapons, get those hands up! Stopp deine Wepons! Warte, ich Republic, mach mal. Police, drop your weapon! полice, drop your weapon! Na, eben hat der. Ja, 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 ja. Mit Schuss im Fuß, okay. Ball Tut ihn im Blick. Ich sicher hier rechts rum, okay. Dann sicher ich hier noch links rum. Put your hands up and get down! Solis, drop your weapons? Ich 됩니다. Hier gefangen werden. Lebst du noch? Ach sie, ich bin da hinten, aber guck mal da. Lebst du noch? Nein! Von wo? Von da. Von da. Gerade aus der Türkei. Okay, okay. Den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ah, fartsch. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Obstkuchen fragt, was hast du so in deinem PC verbaut? Kein Kuchen. Das ist gut. Ich glaube, das ist gut, oder? Da ist er. Ja. Please drop your weapons! Shit! Cops! Can't breathe! Can't breathe! Can't breathe! Can't breathe! Can't breathe! Was machst du denn jetzt? Alter! Der hat meine Freundin erschossen. Was glaubst du, was ich mache? Okay, der war... der war... Der war... der war... So. Die habe ich in den Fuß geschossen. Siehst du, das ist ein glücklicher Tag, das finde ich jetzt. Hands up! Now! Entry Team to top. Dafür blutet er ganz schön wenig. Roger! Keep it up! Ich wollte eigentlich ihm noch meinen Fuß schießen, der da weggelaufen ist, aber dann schritt er. Und ich habe ihm so sicher dreimal ins Gesicht geschossen. Ähm... Ja... Nicht die Sau, was da... Ich sehe ja erstmal diesen Raum hier. Ich antworte gleich noch auf die Frage. Keiner hat sich vergessen. Was? Einer Knieter? Ich glaube, der hat schon die Arme oben, oder? Ne, der... Ne, der macht so. Ich treffe seinen Hintern, aber auch nicht. Ich weiß auch nicht, dass da noch jemand ist. Da ist noch jemand. Ach, Mist! Ach, Mist! Ähm... Ich mag den Bildschirmschoner. Ja! Big time! Da-da-da-da-da-da-da-da! Ich bleib ran gesucht. Okay. Einen Stuhl. Äh, da links hinten war noch eine. Ja, aber die sieht wirklich arm aus. Hallo! Hallo! Ist das nicht die Mutter von vorhin gewesen? Ja, ich glaube... Die arbeitet vielleicht hier. Ich spiele das vielleicht ein bisschen gewalttätig. A job? A girlfriend? Your source code? Was? Äh... Autsch! Ich glaube, der merkt das nicht mehr. Doch, der lebt. Ich hab ihn gemeldet. Ich hab ihn gemeldet. Ist das ehrlich? Ich kann ihn da nicht wegholen. Es ist fraglich, wie lange der noch lebt. Hör mal. Hör mal. Der lebt. Das ist nicht euer Ernst. Ich hab irgendeine Stimme gehört. Ja, das ist der Typ. Verdammt gesagt. Da haben wir schon. Oh, bester YouTuber und Streamer. Ihr seid süß. Also, ich hab einen E5 Prozessor, aber ich glaub einen ziemlich guten. Ich kann euch keine genauen. Und ich seh, dass da jemand ist, ja. Ich habe 16 GB DDR4 Arbeitsspeicher. Ich habe eine... 4 GB Radeon R9 Nano. Ähm... SSD für Windows und dann noch einen Terabyte am Festplattenspeicher. Polizei! Show me your hands! Ist das jetzt ergeben oder zurückgezogen? Okay. Du bist ja ein tapferer Held hier auf Toilette. Wie weit seid ihr eigentlich gerade schon im Game? Keine Ahnung. In etwa so weit wie er in seinem Leben. Bei dir sieht man nicht, dass ich ranzoome. Ja. Okay. Also, ich sieh' ja weiter, John. Vielleicht mal die Treppe hoch. Ach guck mal, im Spiegel seh' ich, dass da jemand ist. Und der hat eine Waffe, oder? Ich hab' keine Ahnung. Ja, er sagt doch zu irgendwem, bleib cool und beweg dich nicht. Okay. Hatte wer Lust auf Matt? Ich bin nämlich nicht der gute Cop. Oh, das ist cool. Oh, das ist cool. Ja, wenn du kotzen willst, da ist ein Klo. Gönn dir. Hat sich's angehört. Ah, jetzt weiß ich, wie du das schaffst, den Leuten ins Gesicht zu schießen, im Zweiten. Weil der Leute auf die Waffe wechselt. Moment, das geht doch ernsthaft an. Ist die sauber? Ja. Chill mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Stimmt. Bei der sieben Reitaschen, aber ich... Okay. Ich weiß doch, wie heute der Typ aus dem Aufzug. Stairs, Stairs. Okay. Hast du meinen Geknabber? Bitte? Hörst du meinen Geknabber? Ganz leicht, ne? Put your hands in the air! Do it now! Police! Show me your hands together! Those idiots were... I got trouble! Didn't you see them? They have guns! Alter, wo läuft sie hin? Wieso hat das so lange gedauert? Schärzt sie sich bei dir erstmal und läuft dabei einfach weg? Mit seiner? Ja, ne? Hält mich auf und beschwert sich dann das... Copy. We'll be ready for it. Okay. Aber ich habe eben noch jemanden gesagt... Äh... Reden hören. In der Stimme. Sieht soweit okay aus, aber wenn ich da reingehe, habe ich nirgendwo in Deckung. Ich glaube, ich gehe nochmal runter. Ich gucke mir die anderen Treppen an, bevor ich es oben sichere. Wenn du es bei dir nicht da ist, schließe ich hinter mir die Tür, dann fühle ich mich sicherer. Sieht okay aus. Okay. Es geht auch noch nach unten. Da sind sie! Ja. Oh, ich habe mich getroffen. Oh, ich habe mich getroffen. Nachdem ich die ganze Zeit angepfeffert habe, habe ich zweimal ins Bein geschossen. Du hättest weiterpfeffern können. Das kostet Geld. Aber kein Leben. Aha. Ja. Aha. Ja, ich weiß. Real Talk. Ja. Ja. Mhm. Das haben wir jetzt nicht verlesen, was da an der Wand stand. Was denn? Gar nichts. Da war ein sehr hübsches Bild von einem niedlichen Mädchen. Achso. Ich habe mich nur gefragt, wie wer so präzise einsetzt. Oh! Wer hat die schlechte Bremse? Okay, gut. Den haben wir gesichert. Wer ist bei Tito gefallen? Meine Polizei-Methoden nicht. Absolut nicht. Entschuldigung. No, it's not like looking for a car piece. Ding! So, genau. Da ist nämlich die andere Tür, durch die ich eben geguckt habe. Ja, da ist wohl durch, va? Ja. Aber die Räume sehen echt viel größer aus, durch dieses Ding. Die Musik gefällt mir nicht. Das ist eine Zange, die wollte ich nicht. Gutes Abwunsch. Gutes Abwunsch. so wie die zangen draußen haben so ein partner öffnet die tür ach moin ich probiere mal was ich bin zu nah dran ich hätte diese schutzbrille haben damit ich jetzt reingehen können diese brillen nämlich jetzt kann ich jetzt einfach reingehen die übernehmen ich bin zu nah dran er hört nicht auf mich darf ich ihn bitte anders überzeugen nein dann schließt die tür es dauert länger du weißt dass man auch sterben kann dann ziel auf seinem bein das funktioniert man muss nur ein wenig geduldiger sein und alle beine brechen das sollte man auch erst mal die beine schießen nein hey i'm the victim blue screen das hat niemand gesehen geht das hier auch gut dass du jetzt aufs handy guckt ok was hast du gemacht der pc ist kaputt gegangen da war blue screen guck mal bitte da da zu dem ok dem geht's gut ok man sie hier drinnen haben sich beruhigt das wäre natürlich schlecht wieso beruhigt man hat seine gasgranate reingeschmissen auch das ist das sinnvoll auch das ist das sinnvoll ja ja gut ja die andere tür ist besser ok ok na ich kann die pistole schon mal wegnehmen das ist gut der hat echt seine chance nicht genutzt während ich da war ach man alle husten aber keiner hat mir eine waffe außer mir niemand ist hier sicher ich darf echt nicht so nah rangehen oder ich muss tatsächlich diese schutzmarke tragen vielleicht wäre das gar nicht ich wollte niemanden verletzen sagt er ich muss eigentlich wäsperten hier ich sitze neben mir beim spiel geht das eigentlich auch ne guck mal das ist safe nur das wäre schlecht ihr arbeitet doch für data recovery also ihr kriegt das hin warte mal die hatten doch die waffen vielleicht arbeiten die da gar nicht ja aber sie ich habe eine falsche person geschworen das stimmt du siehst wichtig aus öffnet safe warum ich geld brauche ich habe gerade noch so gedacht bestimmt kommt da gleich einer das ist auch nicht ganz so klug so unglücklich vorzugehen er ist nur ganz schön am husten vielleicht solltest du den kopf treffen damit nicht damit mit der anderen du hast aber gemerkt dass er mich sonst erschossen hätte jetzt gerade ja aber du hättest vielleicht mit dieser anderen bisschen höher treffen soll nicht die füße die füße können ich die ganze zeit mich das ist unklug so den haben wir auch gerettet nur noch fünf zuschauer werden vorhin aber schon neun wir hatten eben elf was was glaubt ihr schief ich hab keine ahnung wollte was anderes sehen ach so wegen meiner fehlenden polizei gewalt nein ich muss härter durchgreifen nein ich hab hier eben noch schritte gehört nicht dass zivilisten und geiseln einfach so ich hab keine munition mehr keine munition mehr für das pfeffer ding was die geisel umgebracht hat die geisel umgebracht da vorne den hätte ich töten dürfen glaube ich jetzt wird hätte ich sofort erschossen wäre alles gut das bringt jetzt auch nichts einfach um zu schließen doch kommen das geht kaputt meine meinung zum fernseher haben wir heute auch so wie sieht es denn aus bring order to chaos in progress ok wieso mach ich hier vorrufen ich kann auch endlos nachladen glaube ich ja das war natürlich jetzt echt durft vor allem ich hab ihn eingegast ja aber das ist die falsche das das wollte ich drücken das ist ja eigentlich wirklich tot wir sind wieder sechs zuschauer ok von hier komme ich aber war ich da schon ich glaube nicht das steht da schon sehr lange drei schuss im magazin das geht doch nicht gut ok letztes magazin nee was habe ich jetzt nicht verstanden ok auch der aufzug bewegt sich immer noch hin und her das ist hier schon war es aber ich sehe nichts also ach das ist eine figur kapp aufsteller voll doch erst schießen da steht ein bisschen zu fern er weint da ist einer nein 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 ich hatte keine munition also gar keine option wir haben es geschafft bei die gesamte munition zu verpacken vielleicht also viel umgeballert hast so auf gläser und monitore oder so das kann doch gar nicht sein ok wir machen noch ein level und dann wechseln wir das spiel ok